Bereit? Smurf sieht man nicht. Smurf sieht man nicht. Ich hätte euch da gerne eingeladen zu Geburtstagskuchen und Schweinebraten. Doch mit der Maske im Gesicht schmeckt das beste Essen nicht. Machen wir noch mal? Machen wir noch mal. Machen wir noch mal. Okay? Soll ich, wenn du so weit willst? Ich hätte euch da gerne eingeladen zu Geburtstagskuchen und Schweinebraten. Doch mit der Maske im Gesicht schmeckt das beste Essen nicht. und schaue mich. Und dann geht's das Beste. Vielen Dank.